Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu einem neuen Video und heute ADI SHOP Werbe Clip Hallo Burschen, wir sind heute wieder zurück und heute ist die letzte Folge vom Projekt, wie hat es eigentlich geheißen? 5000 Euro Projekt, hat nie einen Namen gehabt. Auf jeden Fall bauen wir heute den starken Rheinmotor zusammen, wir haben da vom ADI SHOP Engineering ein ADI Gehäuse zur Verfügung gestellt bekommen, ohne Membraneinlass, weil wir fahren nämlich Zylindermembraneinlass und zwar habe ich da vom guten alten Zeug Maxi Factory einen Italkit mit dreiteiligem Auslass, bin ich letztes Jahr auch schon gefahren, Kurbelwollen war letztes Jahr zu schwach, hat es beim Kurbelkreis erobern ausgekaut, das Blei. Dax, was darfst du dazu sagen? Wolltet lieber GME gefahren werden oder wie? Genau, hier kriegt Motorblock für GME. Ja, ja, willst du da mal reinschauen? Wollt's reinschauen? Ja, ich möchte reinschauen. Ich zeige es kurz einmal her, es gibt da einige Tricks, was der Zeug Maxi Factory angewendet hat, die können wir leider nicht zeigen. Aber wie man da da sieht, einen schnellen Blick, hat man da die drei Auslässe eigentlich. Und ja, hat letztes Jahr am Prüfstand 18,6 Pays gehabt. Also, ich glaube es gibt nicht für Italik jetzt was am Prüfstand, die Werte haben, außer die Schweizer, die haben alle 20 Pays tags. Dax, kannst du noch rein an Defli Rally? Mindestens, immer, auch jeder. Ja, wir werden das jetzt halt einmal anpassen auf den Adiblog. Und ja, da nehmen wir euch mit. Wir bereiten uns vor für das Saisonfinale. Defli Rally und Buch Maxi Renschläge. Let's see, go weg. Da haben wir heute noch von JNBP-Parts, unser neuerster Teiler-Lieferant, schneller als andere Shops haben wir festgestellt, weil wir uns heute gleich beim anderen auch was bestellen müssen, haben wir da eine Bestellung gekriegt und die machen wir jetzt noch schnell auf, für das habe ich gleich alles getan, wie getan, ist wichtig, Zimmerringen, gell, und ja, schauen wir, da hast du schon wie 74cc ausgefräst letztes Mal, gell, was kommt jetzt als nächstes, Also wir haben jetzt die Dichtung anpasst, gell, am 74er, jetzt sind wir da mal im Moos genommen, vom Zylinder, und übertragen das ganze auf den Block und passen die Überströmer da schön an Uh, da wird viel weg, weg nochmal, he? Kommt einiges weg So, da ich da, da haben wir noch das legendäre Kreis, vom letzten Jahrbuch Maxi-Range, der ist cool, der ist cool, der heißt ja das Bleidl, wenn ich da oben und rausgefallen Die letzte, die letzte Spaltung ist das, ja, die letzte Spaltung, mal rauf, mal Uh, kein Bleidl mehr hier Ja, das war's Ok 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 Kurze Einführung. Die E-B-Kuppe waren zum Zerfetzen. Violetten Kopf. Mal gleich wieder ranieren, der Winkel. Ja. Gescheiten rein, rein und dreht oder wie? Ja. Okay. Was ? I got it. I got it. I got it. I got the bread. I got some dogs. And I am. I got them loose. I got some dogs. And I am. This ain't the sauce. Walkin' the skies. But this ain't the load. This ain't the truth. We ain't the same. We ain't have a clue. I am in the game. This is the proof. I got the flame. And this is the proof. So sagst du, der ist von vorne, du bist geheim, oder? Ja. Deshalb kommen wir wieder ein ins Video, wann der Schädel drauf ist eigentlich. Wenn wir auf der Strecke sind. Ja. Motor, soweit fertig. Alles drin. Passend gemacht. Laut Anweisungen. Jetzt wird er noch getestet. Ein, zwei Mal, oder? Einmal, ja. Einmal, auf der Strecke. Oder ist er eingestellt. Und dann geht's ab in die Schweiz. Ja, super. Let's take go! Okay Leute, wir sind jetzt auf der Strecke vom MSC Pulkotal. Heute letzter Test vor der Defli Rally. Und mit neuem Motor. Den, was ihr gesehen habt, was wir mit Daxner Werkstatt zusammengebaut haben. Ich habe jetzt einmal ein bisschen eine fettere Düsen reintet. Ich werde jetzt einmal auf die Strecke fahren. Ein bisschen den Zylinder ein bisschen reinlaufen lassen. Und dann werden wir ein paar schnelle Runden dran. Ich nehme euch mit. Let's take go! Huller! 10 Minuten plus 2 Runden! Oh, 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 oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020